Moin Leute und willkommen zurück! Wir spielen heute mal eine Runde Badwars, und zwar die erste Runde Badwars auf meinem Kanal. Ich persönlich habe Badwars bisher, ja, noch gar nicht mehr so oft gespielt. Ich glaube, das ist jetzt meine dritte oder vierte Runde. Und wir gucken doch mal, wie das so läuft. 19 Blocks... Ah, da vorne gibt es, glaube ich, Eisen dann. So, dann holen wir uns doch schon mal... Oh, shit! Ja, dann gehen wir mal eine Runde aus, ne? Da könnt ihr alles haben. Ne, mal hat er schon. Dann gucken wir mal gerade. Ist da irgendwas gedroppt? Gut, zwei Eisen. Jo, hier noch... Guck, ne, ganze Bronze-Shit. Sorry, Leute, dass ich euch gerade noch nicht helfen kann. So, ich wollte... Einmal das, einmal das... Und die Brust, genau, aus einem Eisen. Was... Was möchtest du denn für eine Kiste haben? Perfekt, die holen wir uns auch. Und können die ja gleich mal ausstellen. Ich hau jetzt mal eine Kiste nachher. Und klapp da jetzt erstmal alles rein, was ich zu viel gekauft habe. So. Sachen haben wir gezogen. So, falls euch die Map und alles gefällt, dann steht wie immer natürlich die Serveradresse auch unten in der Beschreibung. So, wir brauchen gerade mal Blocks. Ich mach mal lieber ein paar Blocks zu viel, als ein paar Blocks zu wenig. Soll heißen... Den nehm ich jetzt mit. Na, shit, ich hab nichts zu essen. Ah, kann ich nicht aufnehmen. Da sollten wir aber schon durch können. Um uns hier schnell Gold zu sichern. Da vorne ist ein Gelber, da vorne ist ein Gelber, da vorne ist ein Gelber. Einfach mal ganz risikoreich. Komplett ohne irgendwie vernünftige Ausrüstung. Nicht mal eine Spitzhacke. Gleich da rein. So, da ist er runter. Perfekt, er hat mir das Gold gegeben. Warte gucken, wann kommt er denn wieder? Braucht wohl ein bisschen. Ah, shit, ich hab schon wieder... Ich darf die Schifftaste nicht so oft benutzen. So, wo haben wir denn hier das Bett? Ich hab bei uns noch gar nicht geguckt. Hier. Damit haben wir Team Grün rausgehauen. Ach, shit, wie kann ich gleich alle wieder schön in die Kiste tun? Bei uns. Hier hol ich uns das ganze Eisen mal raus. Ganz cool verbraten, so ein Mist. So, wer ist da? Team Blau. Überlegen, Team Blau müsste eigentlich unserer sein. Ich seh da rechts gerade nicht, welcher Spieler es ist, der zu uns läuft. Haben wir hier noch Gold? Nein, leider nicht. Dann schnell rüber. Aber ich kann schon nicht mehr rennen. Natürlich mal ganz große Klasse. So, jetzt gehen wir erstmal allen hier in die Spitzhacke. Haben wir hier über. Und die andere tun wir da rein, falls einer... Verreckt. So. Was ich bräuchte. Mal gerade gucken, was kostet ein vernünftiges Schwert. So, dann kommt das andere an die Kiste. Haben wir hier noch ein bisschen Eisen? Da schnappen sie sich. Oh, jo, was zu futtern brauche ich. Hast du nicht was Schönes? Das ist irgendwie beraten. Das ist Fleisch. Nehmen wir mit. So, zwei Teams haben wir noch. Aber wir sind die mit den meisten Spielern... Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Mir ist gar nicht ins Herz stehen geblieben. Alter Schwede. Nein, nein, nein. Scheiße. Runtergefallen. Zum Glück haben wir noch Teil viel unserer Sachen, die wir eben zu viel gekauft haben, noch in der Kiste. Bis auf das Schwert. Das haben sie sich schon gekrallt. Ist aber halb so wild. Das Schwert haben wir uns gerade mal wieder. Falls ihr sagt, ey, nee, das darfst du bloß nicht kaufen, dann musst du das und das machen. Gerne in die Kommentare schreiben. Dann weiß ich, dass wir das nächste Mal ist. Wie gesagt, ich sag mal, mit einer meiner ersten Runden bei Bad Wars. Mal gucken, hier ist wahrscheinlich wieder so viel Bronze. Und somit mache ich wahrscheinlich noch einige Fehler, wo ihr sagt, oh, das hätte ich doch nie so gemacht und so. Gut. Das lasse ich jetzt einfach in meinem Inventar, das Zeug. Ähm, Nahrung brauche ich noch. Jut. Und klar. Ne, den brauche ich nicht. Den brauche ich einmal. Den brauche ich einmal. So. Dann sind wir soweit ausgerüstet. Das kommt da hin, das kommt da hin. Fleisch auf die drei. Und dann ab zur Mitte. Ich muss die ganzen anderen sich da das ganze schöne Jolt holen. Ja, da haben wir doch von mir ein bisschen was. Ja, perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Die laufen da hoch, die laufen da hoch. Das ist Team Gelb, Team Gelb. Ah, das überleben wir nicht. Schade. Aber ich habe auch keine Lust, die ganze Zeit nur defensiv da rumzulatschen. Und den ganzen anderen, den Spaß zu gönnen. So. Das war einfach nur Scheiße, dass er ein Schwert hatte und wir nicht. Da ist es so. Das nehmen wir einmal mit. Ich brauche einmal Schuhe. Und ich brauche einmal eine Hose. So, dann können wir das wieder zusammenlegen. Das ziehen wir uns auch gerade alles einmal an. Ein bisschen Nahrung. Da haben wir Nahrung. Ah, ja, und Schwert. Liegt da noch ein bisschen Eisen rum. Perfekt, drei Stück. Das sollte gerade so reichen. Oha. Jetzt schießen sie hier schon rüber. So, dann mache ich mal unsere Base gerade ein bisschen sicherer. Hat man irgendwann unser Bett eingebaut? Wahrscheinlich nicht, ne? Naja. So, ich will ja einfach nur, dass da, wenn hier einer durchrennt, nicht sofort ans Bett reinkommt, sondern hier erstmal schön durchbuddeln muss. Was ist da unten los? Ein Eisen bringt uns gerade nichts. Ne, ist auch nichts Schönes drin. Oh, war flucht. Zwei Eisen, drei Eisen. Und sichere ich gerade erstmal die Base. Ne, das macht eigentlich gar keinen Sinn, sich das zu kaufen. Kommt da nicht gerade... Ne, da kommt keiner. Gut. Der Bogen kostet Gold, das haben wir nicht. Haben wir irgendwas Speziales, was wir uns holen können? Ne, wir können uns gleich so einen Dienstmussfaden da ziehen. Ähm... Alarmfaden. Shit, der Verfluchte. Autsch. Ja, super. Da haben wir wohl ein recht gutes Team. Ah, ne, doch nicht. Ich hab's andersrum gelesen. An sicheres Team, aber... Oder ein gutes Team wahrscheinlich schon, aber... Was die da machen, geht echt nicht klar. So, haben wir uns hier nur nicht treffen lassen. Ich will jetzt einfach mal behaupten, wir haben hier jetzt relativ sicheres bisher. So... So... So, dann legen wir da den Faden hin, sobald da einer drauf geht, wir das hören. Nice, 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 scheiße, scheiße, scheiße. So, dann können die uns zumindest von der Seite nicht mehr gefährlich werden. So, ähm, scheiße, ich habe ja nichts mit dabei. Leute, ihr schafft das, macht sie fertig. Ich brauche gerade mal mehr Blöcke. Oder allgemein mal so ein bisschen mehr Equipment. Oh, nice, 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 nice. Ähm. Heiltrank, Schnelligkeit, Stärke, Heilung, nein, das ist alles nicht so das, was ich möchte. Eine Angel, Feuerzeug. Ne, 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 ähm, was können wir uns denn Schönes holen? Auf jeden Fall eine Spitzhacke. Wir gucken, die holen wir uns. Oh ja, wir können uns auch, was das auch noch wichtig ist, was ich glaube, ein Block. Obwohl, da können wir die alle reinziehen. So. Die Eisenblocks. Was ist jetzt denn los, haben wir jetzt um endlich Blocks? Nee. Jetzt. Oh. Da haben wir zwei Stück zu wenig. Dann haben wir was fuddern. Aber die müssen mal so ein bisschen vorgehen, sonst kommen wir da ja gar nicht mehr klar. Oh, Leute, 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 was macht ihr denn? Ah, nein, das können wir echt jetzt knicken. Scheiße. Ja. Das war's. Jetzt haben wir noch Team Gelb da. Mist. Wobei für die erste Runde gar nicht mal so schlecht. Wir sind von Team her Zweiter geworden, von den Toten her. Ich würde mal einfach behaupten, unter den Top 5 sollten wir nächstes Mal auch wieder bessern kriegen. Mal schauen. Also, wie gesagt, Tipps gerne in die Kommentare mit reinhauen. Die helfen mir wahrscheinlich sehr, mich hier drin zu verbessern. Und ansonsten, wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, gerne auch in die Kommentare schreiben. Daumen nach oben nicht vergessen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao.